Lust auf eine Tasse Cappuccino? Dann sammeln Sie Ihre Freunde ein und kommen Sie ins Café Max. Denn hier in Zwettl an der Rodel finden Sie noch einen wahren Ort der Geselligkeit. Am besten, Sie statten dem Lokal, das durch seine harmonische Atmosphäre besticht, gleich bei Tagesanbruch einen Besuch ab. Denn die leckeren Frühstücksvariationen und die feinen Kaffeespezialitäten werden Sie so richtig auf Touren bringen und Sie ausreichend mit Energie versorgen. Natürlich verköstigt Sie die fünfköpfige Mannschaft tagsüber auch mit pikanten Snacks und warmen Speisen, die Sie am Buffet selbst aussuchen können. Egal ob Sie zum Essen kommen oder einfach bei einem Kaffee, Tee, Cocktail oder Wein verweilen. Ihren Ansprüchen wird der 2010 gegründete Betrieb in jeder Hinsicht gerecht. Die hohe Qualität der Köstlichkeiten und der freundliche Service sind übrigens jetzt schon bei den zahlreichen Gästen aus der ganzen Umgebung bekannt. Entspannen Sie im Szene-Lokal Café Max. Das Team freut sich auf Sie. Die hohe Qualität der Köstlichkeiten und der Köstlichkeiten und der Köstlichkeiten und der Köstlichkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020